In diesem Video erfahren Sie, wie Sie eine Formelfrage in Ilias erstellen. Die Formelfrage bietet die Möglichkeit, individualisierte Rechenaufgaben mit einem vergleichbaren Schwierigkeitsgrad zu erstellen. Dies geschieht durch Variablen innerhalb eines zuvor definierten Bereichs, für die jeweils Formeln hinterlegt werden und die so zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, welche durch Ilias automatisch ausgewertet werden können. Dabei werden weder Rechenwege noch Teilergebnisse von der automatischen Auswertung berücksichtigt. Ergebnisse im Nachkommabereich können nicht zuverlässig mathematisch korrekt dargestellt werden. Da die Präzision der Ergebnisberechnung von Formelfragen systemseitig begrenzt ist, sollte dieser Fragentyp nur eingesetzt werden, wenn die Präzision der automatischen Berechnung durch Ilias nicht zu genau sein muss oder die berechtigten Antworten manuell nachkorrigiert werden. Sie können die Formelfrage direkt in einem vorher angelegten Test oder in einem Fragenpool erstellen. Fragen aus dem Fragenpool können später in verschiedenen Tests eingesetzt werden. Um eine Frage anzulegen, klicken Sie auf Frage erstellen. Wählen Sie im Dropdown-Menü den Fragentyp Formelfrage aus. Anschließend klicken Sie auf Erstellen. Geben Sie den Titel der Frage ein. Dieser kann in einem Test angezeigt werden und dient der späteren Suchfunktion. Eine optionale Beschreibung wird in der Auflistung der Frage im Fragenpool sichtbar, jedoch nicht im Test. Jeder Fragentyp besitzt einen Editor zum Gestalten der Frage. Sie können damit zum Beispiel Ihren Fragentext formatieren, in Tabellen strukturieren oder Bilder einfügen. Sie können die Frage mit einem Aufgabenstamm einleiten, der in die Aufgabe oder das Thema einführt und alle zur Beantwortung relevanten Informationen enthält. Nun folgt die Frage bzw. Aufgabe. Diese muss eindeutig lösbar, verständlich und positiv formuliert sein. Sie müssen sowohl die Variablen als auch die Ergebnisse in den Fragentext integrieren. Ilias erzeugt für jeden Platzhalter eine Variable oder ein Ergebnis für die Formelfrage. Die konkreten Werte der Variablen werden dann zur späteren Berechnung innerhalb eines vorab definierten Rahmens von Ilias per Zufall generiert. Die Festlegung der Variablen und Formeln für die Ergebnisse erfolgt in den weiteren Einstellungen. Unter der Bearbeitungsdauer können Sie angeben, wie viel Zeit die Beantwortung der Frage in Anspruch nimmt, um später einen Richtwert für die maximale Bearbeitungsdauer eines Tests zu ermitteln. Bitte beachten Sie, dass die Angabe nur zu Planungszwecken dient und keinen Einfluss auf die tatsächliche Bearbeitungsdauer der Studierenden hat. Klicken Sie auf die Schaltfläche Frage analysieren, um Bearbeitungsformulare für alle Variablen und Ergebnisse zu erzeugen. Geben Sie nun für jede Variable mit den Feldern Bereich Minimum und Maximum an, in welchem Bereich die Variable liegen soll. Im Feld Einheiten können Sie erstellte Einheiten auswählen. Diese müssen Sie zuvor über den Reiter Einheiten erstellen. Unter Präzision geben Sie die Anzahl der gewünschten Nachkommastellen an. Wenn der Wert für die Präzision 0 beträgt, legt Teilbar durch fest, durch welche ganze Zahl die erzeugte Variable teilbar sein muss. Geben Sie anschließend für jedes Ergebnis dessen Formel zur automatischen Berechnung an. Erlaubt ist die Verwendung von bereits definierten Variablen sowie von bereits definierten Ergebnissen. Es können außerdem eine Vielzahl an mathematischen Operatoren, Konstanten und Funktionen genutzt werden, welche unter dem Formelfeld aufgeführt werden. Geben Sie für jedes Ergebnis mit den Feldern Bereich Minimum und Maximum an, in welchem Bereich das Ergebnis liegen soll oder lassen Sie sich einen Bereich vorschlagen. Unter Präzision geben Sie die Anzahl der gewünschten Nachkommastellen an. Unter Toleranz legen Sie eine erlaubte prozentuale Abweichung vom Ergebniswert fest. Bei einer Toleranz von 0 wird nur der exakte Ergebniswert als korrekt bewertet. Wählen Sie, falls erwünscht, eine Einheit aus. Es stehen Ihnen verschiedene Ergebnistypen zur Verfügung. Wählen Sie unter Ergebnistypenauswahl zwischen Keiner Einschränkung, Dezimal, Bruch oder Teilfremderbruch. Nutzen Sie Dezimalzahlen, wird bei der Berechnung zunächst nach der Präzision abgeschnitten und im Anschluss die Toleranz angewandt. Somit wird bei der Hälfte der Fälle Abstand aufgerundet. Um Fehler bei der automatischen Auswertung zu vermeiden, sollten Sie immer eine Toleranz größer als 0 wählen. Auch bei Brüchen und teilerfremden Brüchen muss die Toleranz aus demselben Grund auf einen beliebigen Wert über 0 gesetzt werden. Geben Sie für jedes Ergebnis die Punkte an, die bei der richtigen Berechnung vergeben werden sollen. Weitere Bewertungseinstellungen sind nun möglich, wenn Sie für das Ergebnis eine Einheit bestimmt haben und werden nach dem Speichern der festgelegten Einheiten angezeigt. Legen Sie die Frage nun mit Speichern und Zurückkehren an. Über die Vorschau können Sie Ihre Frage so sehen, wie sie im Test aussehen wird. Möchten Sie Ihre Frage zu einem späteren Zeitpunkt verändern, können Sie dies entweder direkt im Test oder im Fragenpool machen. Geänderte Fragen im Test werden dort direkt aktualisiert und optional im Fragenpool angepasst. Geänderte Fragen im Fragenpool werden nur in zukünftigen und nicht in laufenden Tests angepasst. Geänderte Fragen im Test Geänderte Fragen im Test Geänderte Fragen im Test